Wenn du Ziele erfüllst, können wir neue Fans auf uns aufmerksam machen. Ja, ja. Ich weiß hier. Oh. Oh, nee. Bei Drift-Events musst du dein Auto durch die Kurven rutschen lassen, um Punkte zu erhalten. Für jeden Drift erhältst du Punkte basierend auf Geschwindigkeit, Winkel und Dauer. Bonus-Punkte gibt es für Drifts dicht am Scheitelpunkt. Der Fahrer mit den meisten Punkten gewinnt. Oh, nee. Ich will nicht. Ich will nicht. Driften kann ich gar nicht, ey. Oh mein Gott. Haruna Kiyojin beherrscht Asiens Driftszene seit Jahren. Das ist heute deine große Chance. Nutze sie. Mit der Handbremse kannst du das Auto ins Übersteuern zwingen und den Drift beginnen. Lenk scharf ein, zieh die Handbremse, um die Hinterräder zu blockieren und erledige den Rest mit dem Gaspedal. Starke Technik. Das war ja schon mal sehr toll, wie ihr gesehen habt, ne? Sieh zu, dass du das Heck noch weiter ausbrechen lässt. Ja, das ist... Ich kann das einfach nicht, Leute. Lass dich nicht verunsichern. Die Punkte holst du dir beim nächsten Drift zurück. Ja, es gibt kein Drift mehr. Scheiße. Siebter. Was? Du musst zeigen, was wir trainiert haben, wenn du gehst. Siebter. Ach du heiliger Scheiß. Okay. Das war scheiße. Wir brauchen Drift-Events in der WSR, um sie weltweit promosieren. Ja, muss ich mal wieder fahren, ne? Fahr nochmal auf die Strecke. Du schaffst es. Scheiße. Siebter. Alter. Fuck. Da brauch ich am Minimum mal 200.000 Punkte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So dürfen die eigentlich mit ihrem Auto fahren und also mit ihrem eigenen und ich muss das hier fahren. Naja, jetzt fahr ich erstmal hier rückwärts. Was? Kollision? Im Leben nicht, Alter. Wo bin ich dann kollidiert? Alter, das Game hier regt mich auf. Äh, wisst ihr da? Geschwindigkeit, Lenk ein und beschleunige wieder heraus. Netter Drift. Man, heute Game hier ist doch schwul, Alter. Jo, klar. Du fährst in die falsche Richtung. Kehr mal lieber zurück ins Rennen. So wird's gemacht. Sammel weiter Punkte. Ja, ich hab... Ah, das Auto hier, das ist einfach der letzte Rotz, ey. Hallo? Ach da, wieso bin ich jetzt ach da? Disqualifiziert, genau. Komm, ey. Zähl mir nix. Versuchen wir es nochmal. Alter, ich hasse das, ey. Uff, ich hasse das Game hier. Dann kannst du das Auto ins Überstreifen und den Drift beginnen. Denk scharf ein. Zieh die Handbremse, um die Hinterräder zu blockieren. Und erledige den Rest mit dem Gaspedal. Nee, Alter. Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, hallo. Kann ich mal aufpassen, wo du hinfährst. Sieht aus, als hättest du ganz schön was abbekommen. Oh, ja, komm, ey. Alter, ohne Witz. Ich hasse Driften. Ich hasse Driften. Ich könnte mein Computer gerade kaputt schlagen, ey. Starkes Manöver. So. So, 153 Punkte, jetzt noch den letzten Drift, hoffentlich, gut. Ja, toll, endlich, oh man, wurde auch echt Zeit. Ja, das ist mir, genau, das war Driften von einem anderen Stern, erzähl mal nix, alter. Ah, erzähl mal nix. Alter war, grausam, Leute, grausam. Du bist also auch ein Drift-Profi. Du bist offensichtlich ein vielseitiger Fahrer. Nee. Boah, noch ein Drift. Oh, das will ich mal noch ein Rennen. Also, wieder ein Drift, ne? Ja. Ah ja, dann. Let's go. Ach du heiler Scheiße. Bei Drift-Events darfst du nicht auf Sicherheit fahren. Wirf das Heck auf die Seite und fütter dein Punkte-Konto. Achte beim Driften auf deinen Winkel. Je schärfer der Einschlag, desto höher die Punkte. Mehr Punkte auf dem Konto. Jo. Jo. Was? Sobald du noch anschlägst, sind die Driftpunkte wieder weg. Dreher, genau. Wo dir hat es ein Dreher gegeben. Oh, alter. Ohne Witz, ey. Dreher, ey. Ich stand vielleicht quer, aber dann habe ich mich doch nicht gedreht. Alter, das, 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 das. Ah. Haruna Kiyoji beobachtet dich auf Schritt und Tritt. Jo. Alter, Maul, Alter. Oh Mann, Alter. Ja, 610 hätte ich gerade drei. Oh, je. Kommen wir jetzt in der letzten Kurve. Das ist deine persönliche Bestleistung. So, mein Daktizid reicht für Platz 1. Da weiß ich nicht mehr, ey. Taten wir jetzt weiter. Ausnahmsweise jetzt, mein Gott. Tiptop. Tiptop, Leute, tiptop. Ich komme so langsam wieder auf gute Laune, aber trotzdem Asien ist der Horror. Ey, nur enge Strecken und, boah. Wir müssen immer versuchen, zusätzlich über Grenzen zu gewinnen. Behalt also deine Sponsoren. Ey, komm, ich meine es direkt in Drift, damit das Special zum Schluss kommt. Also, die reinste Horror-Datlo, ey. So, hör auf. Krieg ich auch Zustände. Aber, naja, jetzt noch ein Drift und dann ist das hoffentlich gewesen. Dann will ich keine Drifts mehr sehen. Oder nur noch Drifts. Schmeiß das Auto auf die Seite und wahren dir deinen Weg durch die Berge. Je größer der Drift, desto größer die Punktzahl. Ruh dir den Sieg. Das hat wieder einige Punkte gebracht. Sei aggressiv, aber behalt die Kontrolle. Scheiße. Oh, Mann, Alter. Oh, ich hasse dieses Game. Alter, dann, das, Alter, das Auto ist doch behindert. Mann. Verficktes Auto da, ey. Nein, nein, nein. Ja. Ja, sie haben gezeigt. Yes. Fuck. Ich hasse dieses Auto, Leute. Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich das Auto hier hasse? Leute, wisst ihr was? Ich hasse das Auto hier. Ich hasse das Auto da. Oh, und dann vierter, Alter. Ich fahr das nicht mehr. Das Auto da ist der. Oh, ich. Oh, ich kann gerade hier alles, ey. Nee. Fick dich. Ich will gar nichts hören. Geh mal aus dem Weg. Das Auto da und genauso wie die Drifts sind der letzte Rotz hier im Game, Leute. Also, das tut ja ich hoffentlich nicht an.